. . . . . Ja, war in Paris zunächst als Hommonsier in der Kaffeehausszene ein gern gesehener Gast. Hat natürlich auch die Rauschenden der Ballnächte dieser Zeit genossen und war auch ein Exzessliebhaber in diesen Jahren. Hat viele Liebeleien gepflegt in dieser Zeit. Hatte wohl auch eine innige Beziehung zu Ingeborg Bachmann auch in diesen Jahren, worüber man noch nichts Genaues weiß. Und hat wohl auch mal ein Stück das Burgtheater geschrieben und verkauft in dieser Zeit. Was auch eine lustige Anekdote auch ist. Oh, look at my face. My name is Might've Been. My name is Never Was. My name's Forgotten, ey. So glad you could make it, ey. Now you really made it, ey. There is only left us now. When I wake up in my makeup it's too early for all that dress will let it fade it somewhere in Hollywood I'm glad I came here with your pound of flesh. Oh, look at my face. My name is Might've Been. My name is Never Was. My name's Forgotten, ey. So glad you could make it, ey. Now you really made it, ey. There is only left us now. Huh? Alright. Pfff. 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 Vielen Dank.